Hallo, hallo, hallo und Willkommen im Stream. Heute machen wir wieder Unsinn und zwar machen wir die Erzfabriken weiter. Noch irgendwie 185 Raffinerien. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Also, ja mal gucken. Ich bin hier spannend. So, die buttern hier jetzt weg. So, und dann... Hallo und guten Abend, der Herr. Was geht, Matthias? So. So. So, mal gucken, ob ich gleich einfach abstürzen werde. Ob hier noch irgendwo Strom existiert? Habe ich hier Strom? Nö. Ja, ich habe keinen Strom mehr. Okay. Ähm. Dann... Machen wir hier erstmal einfach so ganz dumm. Vielleicht nicht so dumm. So, und jetzt müssen wir ja wieder Strom... ja... Okay. Ich habe gestern noch das Pipe Beltwork größtenteils abgeschlossen. Das ist zwar ein Durcheinander, aber man sieht es zum Glück nicht. Ja, das ist doch erstmal schön, würde ich sagen. Ja, das ist doch erstmal schön, würde ich sagen. So, drei. Das müsste ja stimmen, ne? Ja, ich bin zwar schon etwas länger von der Arbeit wieder zurück, aber irgendwie heute total den Durchhänger. Kann man das so nennen? Also, nicht so der Punkt von Lustlosigkeit, sondern eher so von allgemeiner Erschöpfung. Aber das ist glaube ich bei mir auf dem Freitag immer normal, weil ich unter der Woche irgendwie auf 120% drehe und sobald Freitag ist und Wochenende, drehe ich nur noch auf gefühlte 70%. Ja, und was wir jetzt machen ist auf jeden Fall hier wieder... die da... einen ganzen Haufen Erzfabriken bauen. Joah... Oh, und ich habe mir mal Multistream angeguckt. Holy shit. Wieso haben wir nur noch 10... Oh nein. Don't say. Okay. Okay. Von hier aus können wir abschießen. Äh... Kanone. Ich glaube wir müssen mal zur Motorenfabrik fliegen. Joah... so einmal eben das liedchen wechseln das irgendwie schildschirm dann kriegen wir mal uns die motorenfabrik an da und dann gucken wir mal uns die motorenfabrik an da und dann gucken wir mal uns die motorenfabrik an da und dann gucken wir mal vorbei so Okay, anscheinend haben wir hier kein Strom drin. Okay, anscheinend. Okay, jetzt müssen wir warten, bis die Motoren voll sind. Okay, einmal eben nach draußen und einmal gucken. Das war nicht so gut. Okay. 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 Gucken wir mal wie viel. Hallo Militär. Wattgate bei dir. Oh 90. Mega Watt. Alles gut. So an sich ja. Hab bisschen müde würde ich sagen. Aber sonst. Und ein bisschen nennen wir es K.O. Aber sonst eigentlich alles super. Also ich bin nicht krank. Ich bin nicht irgendwie am kränkeln. Ich hab Wochenende. Also besser geht's nicht. Das einzige Problem was passieren könnte wäre. Dass ich noch irgendwie einen Telefonanruf kriege. Weil ich noch was erledigen muss. Aber sonst. Heißt es jetzt eigentlich. Straight up. Drei Tage Wochenende. Drei Tage Zocken. Heute bauen wir weiter an unserer Erzproduktion. Also die Umwandlung damit wir die Brennstäbe endlich bekommen. Nur eben gerade waren die Motoren leer. Was bedeutet eigentlich Blau? Kein Wasser? Ach, übertaktet. Okay, gut. Also. Wir haben ja gestern hier schon so um die roundabout 1500 ähm Chroms verballt. Und das machen wir heute weiter. Und das machen wir heute. Und das machen wir heute. richtig schön viele Metalle liefern und richtig schön viel Strom verbrauchen. Also den haben wir. Der Maximalverbrauch ist ein bisschen problematisch, aber das ist ja alles für den maximalen Strom. Wie? Nein, ist nicht richtig. Wie? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Orange ist ein aktueller Stromverbrauch aber das ist ein bisschen seltsam also orange ist der eigentliche verbrauch der max verbrauch ist 132 ja das frage ich mich auch gerade kann das sein dass der über den max verbrauch nur fabriken und so weiter rein zählt aber nicht so was wie hyper tubes und 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 halt zug verkehr und so weiter so ich weiß nicht vielleicht gibt es auch online irgendwie eine leichte erklärung warum also das wird zumindest aktuell mein einziger guest so 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 wie kann man maximal mehr als maximal mehr kann vielleicht sein muss man mal testen ja weil was ich auch ein bisschen seltsam finde ist als kleines beispiel wenn ich die verbindung jetzt kappe die verbindung setzte habe ich hier auch nur wieso habe ich hier strom drauf ok da habe ich hier anscheinend strom drauf ich weiß nicht woher so naja so 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 wenn wir jetzt hier ok gott was wollte ich jetzt hier sind genau wieder mit den rohren arbeiten rohren arbeiten rohren arbeiten und das auch noch oben draufsetzt oh gott dann muss ich noch mal eine wasserleitung holen rohren Hm. Oh Gott, so. So, ich bin gerade am überlegen, wie ich das mit dem, ähm, wie ist das gleich noch? Mit dem Wasser am geschicktesten mache. Also eine Idee war auf jeden Fall irgendwie die Plattform hier mit zu benutzen. Dann könnte ich hier hochgehen und da dann hochgehen oder einfach hier runter und da wo ich hin muss, dann einfach hochgehen. Hm, ich glaube das finde ich gut. Dann gehe ich entweder hier mittig einmal rein oder hier wirklich über den hier einfach rein. Das wird das hier sagen, das hier ist der Mittelpunkt der Fabrik. Und dann als Tragstütze oder sowas. Ja, könnte man machen. Und zum Glück wird es Tag. Dann sieht man auch ein bisschen was besser. Okay. So, gucken wir einmal eben. Und so. So. Also wir machen das jetzt hier wieder wie bei den anderen, ähm, wie bei der anderen da drüben. und ich habe mir da schon Gedanken gemacht und ich glaube, ich werde das Kupfer in der Mitte lang führen lassen und das Kupferblech ganz zum Schluss herstellen. Das heißt, ich will, dass dann nach und nach alles von normalem Erz auf zum Beispiel Katerium Barren übergeht und nicht mehr Erze sind. Das heißt, ich will, dass das Kupfer ist. Und ich will, dass das Kupfer ist. Hm. Warte, ich zeig's dir. Warte, 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 warte. Aktuell wird hier unten das Kriterium, äh, hier wird jetzt gerade zum Beispiel Kupfer lang geführt. Die, die Bänder muss ich noch austauschen. Und dann würde ich dann hier das dann weitermachen, dass hier dann die Kupferbarren lang gehen. Und dann nach und nach durchtauschen. Äh, ne, nicht Barren aus meiner, sondern einfach hier die Deko hier unten. Sorry, wenn das ein bisschen, äh, dumm erklärt war. Das dürfte sogar sehr gut funktionieren. Äh, ja. Ich muss das noch mal abziehen. Ich muss das so gut funktionieren. Äh, ich muss das mal abziehen. Dann füchte ich dir das mal abziehen. Ja, ich kann das mit, was ich noch mal abziehen. Ich muss das, was ich jetzt noch mal abziehen. Alles gut Ein paar Fragen stellen Und äh Ich Versuche alles zu erklären was ich erklären kann Muss ich dazu sagen Genau aber von hier hinten Kommt nämlich das ganze Erz hier rein was wir benötigen Außer aktuell das Uranerz Genau Ja 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 Aber ich kann das nebenbei spielen und ein Stream gucken einfach um Sound im Hintergrund Zu haben und ein bisschen gebabbeln Ähm Ja Kenn ich zu gut Und ich äh Kenn es auch zu gut dass man völlig abgelenkt ist und nach drei Stunden feststellt Verdammt ist da viel im Stream passiert Ich hab nichts mitbekommen Ähm Also Äh Ich seh das dann eher positiv Genau Also wenn man was interessantes hört mitnehmen und sonst ähm Selbst zocken und äh Äh Verdammt Ähm Und sonst einfach Den Streamer ignorieren Damit man ein bisschen besser genießen kann Von Zu Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo Terror Wolf und willkommen im Stream. Das war's für heute. Und Terror Wolf, was geht bei dir? Das war's für heute. 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 Okay, dann machen wir das mal eben auf anderen Seite. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. So. Oh, was mich interessiert. Das war's für heute. Das war's für heute. Meine Frage. Für... ist das... ist das... Wir... Wir könnten da... Das war's für heute... Das war's für heute. 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 Ein kleines Beispiel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss heute hier mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Trojaner. What gate? Das ist das, macht man am Anfang viel leichter. Ja. Zocken wir bei dir. Ja, ähm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zocke, ähm. Aber, ich vertreibe mir so die Zeit. Ja. Ähm, und, äh, mit dem verpackten Treibstoff kann man das wohl anscheinend, die, die Menge des Turbofuels auch noch verdoppeln. Und, ähm. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Fundamente 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 anlagen bauen und dann riesen kraftwerk bauen und dann macht man ich mit turbo treibstoff ja nice hallo narkotik was geht 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12 Oh verdammt. Was geht eigentlich so bei Narkotik? Bist du am zocken oder am chillen? Bist du am zocken? Bist du am zocken? Warum denn? Also dann dir gute Besserung und ich hoffe inständig, dass du zwar krank bist, aber keine Kopfschmerzen hast. Oder dass dir die Augen wehtun, weil sowas hasse ich. Also wenn man noch voll funktional ist, aber komplett fertig mit den Nerven, dann ist es in Ordnung. Aber Kopfschmerzen und die Augen tun weh, finde ich das ekelhafteste an Krankheit. Danke, nur eine Männergrippe. Wenn was ist, lass mich zurück. Okay, Gott sei Dank, das ist schon mal gut. Und dann... Wie gesagt, gute Besserung dir. Und... Was wollte ich jetzt? Genau, und... Man lässt niemanden zurück. Und wir... Wir drücken dir sechs Grippeschutzimpfungen rein und dann wirst du schon überleben oder so. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Ich schmeiß mich nachher trotzdem an den Rechner. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin genauso, aber... Ich bin fucking genauso. Weil mir irgendwann echt straight up sowas von hart langweilig ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Oh. Okay. 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 Nyaum 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. habe ich mich da leider vertan an was für projekten seid ihr denn eigentlich gerade dran ich vermute Matthias ist irgendwo an ich weiß nicht an der Treibstofffabrik noch so 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 hast du nichts geplant oder einfach erstmal aktuell nix hallo 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 fox what gate bist du auch am satisfactory zocken ja ich weiß nicht was ich gaming gaming ich weiß nicht was ich bauen soll ja keine ideen irgendwie wollte mit dem akw anfangen aber nur für 100 kernkraft für auch du kacke so so alle 100 übertakten oh god ja bin gerade auch am saates zocken von fox nice und an was für ein projekt bist du dran fox oder gibt es für heute schon ein ziel was du mindestens umgesetzt haben möchtest so 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 und den abfall erstmal schreddern den abfall kann man doch gar nicht schreddern habe gestern noch mal neue welt angefangen möchte heute phase 2 fertig machen nice warum hast du mit der neuen welt angefangen warst du mit der alten einfach nicht zufrieden weil du nicht so gut vorangekommen bist oder ich tippe wie bei vielen anderen es war nicht so nice also wie kann man das gut nennen ja ja weiter verarbeiten okay gut dann sprechen wir vom selben und fox was ich sagen wollte war wenn ich nicht zum teil brain afk bin war das design technisch nicht so nice und du wirst es jetzt einmal komplett neu umbauen und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, sorry, 10 Bremsstäbe sind nur 50 Kraftwerke, nicht 100. Ah, also dann eher 20. Ja, es ist designtechnisch echt nicht gut und alles durcheinander, da bin ich schon mal bei den AKWs und hab keine Lust, die ganzen Sachen umzubauen und hab an der Stelle auch nicht genug Platz für Ordnung. Ah, alles, aber das hab ich noch nicht gemacht. Okay, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt hier in dem Spielstand schon bedeutend weiter, als ich jemals in Sartes war. Also ich hab noch nie mit Atomkraftwerken gearbeitet, glaub ich. Und Abfallentsorgung hatte ich eh noch nie. Und Abfallentsorgung. Und Abfallentsorgung. Und Abfallentsorgung. Und Abfallentsorgung. Und Abfallentsorgung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Power muss weg Ja, dein Bild habe ich, bei dem Bild dachte ich mir auch, du produzierst doch schon so viel Was willst du noch an Fabriken bauen? Das einzige, was du jetzt wirklich machen könntest, wäre, so ein Ziel zu setzen, wie zum Beispiel Peanut und zu sagen, okay, ich baue jetzt eine Fabrik für 7200 Stahlbarren Eurobefant Sự Los 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und daraus Kanister machen, ja als Beispiel und dann alles in Schredder jagen, völlig sinnbefreit. Aber du hast ein Megaprojekt. Ja. Und dann einfach mal gucken, wie viele Punkte du dadurch bekommst bei den Coupons Schreddern. Weil es dann die komplette Fabrik völlig sinnbefreit ist. So. 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 in dem Fall halt wirklich Kanister würde ja gern Medizin automatisieren geht aber nicht ja ich weiß nicht wie ich weiß nicht nicht was ich nicht Auto ist bei mir ok dann fällt mir da auch nichts ein was wir noch machen ja halbautomatisch auf jeden das würde gehen glaube ich dass du es dann komplett durchsortierst was geht denn an dem Teil eigentlich nicht automatisch oder gibt es einfach keine Fabrik die Medizin herstellen kann kannst du dich ja an die maximale produzierbare Menge an Ballistic Warp Drive setzen das wären 21,535 die Minute die geben auch die meisten Punkte in der Sink kannst du nicht mit Konvertern noch weiter hoch manipulieren oder ist das schon zusammengerechnet aus dem Sam Ohr auch 21.000 ok sorry die kannst du nur an der ok gut nur an der Ausrüstungswerkstatt ok das ist dann wirklich ein wenig kack und dann auch die von 2.000 das ist dann das ist dann das ist dann das ist dann auch was mache ich mit punkten die kannst du zu coupons verarbeiten und dann sachen dafür kaufen in dem awesome shop also neue design sachen du kannst teile da kaufen und ja nussstatue kaufen für einen erfolg genau und nabend meisterkuchen und die gründe nur steht bei mir bei meinem hub seit zwei wochen hast du einen alten safe game verwendet eigentlich oder ja man könnte auch so dazu sagen mani und ich sind langsam zusammen so jetzt fehlt nur noch wasser und ich glaube ich schließe nochmal eben zwei awesome things an nicht viel habe meine alte welt wieder ins leben gerufen jetzt geht es wieder gut voran nice und dann reißt du einfach sachen ab damit ein bisschen fixer vorankomst ja habe gestern alles fertig gekauft nein ich habe bei neu bei release angefangen habe aber auch schon 460 stunden auf dem spielstand ok das haben wir noch nicht krass so hatte über den hänger wo ich nicht wusste wie ich weiterkomme aber irgendwie habe ich es wieder hinbekommen nice sauber so wir haben die kupferproduktion jetzt abgeschlossen und bin ich ganz froh drum dass da bin ich early und hier pflanzen wir jetzt einfach zwei schredder hin und das gleiche machen wir auch noch auf der anderen seite einfach nur weil wir es können und weil ich das hier die sachen geschreddert haben möchte ups ok weil dann können wir hier nämlich die nächste fabrik einfach aufbauen und dann setzen wir das wieder so ran und wenn wir dann die anderen sachen brauchen dann stellen wir einfach um würde ich sagen und hier müssen wir eh nochmal was anpassen so oh mein gott moment lass mich hier eben fertig bauen und dann kann ich lesen so 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 ist nur ein bisschen schade für die verschwendete Zeit auf jeden Screenshot habe ich Phase 5 abgeschlossen Oh krass Meisterkuchen was geht bei euch, dir, euch Bei mir geht hier aktuell halt die Fabrik aufbauen Wir gehen jetzt gleich in den nächsten Step über und das wäre Moment, ich gucke mal eben Wir würden mit Catherium loslegen und dann mit Eisen Genau Also jetzt kommen hier erstmal Catherium Anlagen hin Und dann kommt Eisen, aber Wir holen uns jetzt erstmal Wasser Und da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das am besten machen werde Weil hier habe ich echt auch noch keinen Plan Also Wie ich das ganze Hier transportieren soll Außer mit Pipes, aber Das soll ja auch irgendwie cool aussehen Und nicht Irgendwie Pipes Auf dem Dach von einer Zugstrecke Die eigentlich nicht Befahren werden sollte Also da muss ich echt noch Harte Gedanken machen Auch wie hier der Eingangsbereich und so weiter dann wird Oops Oops Ich bin jetzt nicht Ich bin jetzt Ich bin jetzt ok das weg er von hier so so und jetzt wird nach und nach das wasser hochgedrückt und dann müsste es eigentlich loslegen mit der maschinerie aber zug strecken ausbauen kann man immer machen ja ich muss auch noch hier auf jeden fall da hinten ist die ordentliche zu strecke und dann wollte ich schnell hiermit anfangen deswegen ist das hier so ein bisschen drücke die daumen für was drückst du die daumen kriegen wir jetzt eigentlich motoren wieder rein das hatten wir ja vorhin wieder angeschlossen ja wir haben montoren rein bekommen sauber dass alles gut läuft anläuft ja das kommt jetzt langsam also das muss ja hier jetzt noch aufgefüllt werden aber das ist jetzt ja gerade mal hier das kommt jetzt langsam das wasser aber das wird schon laufen weil hier funktioniert es ja auch mit voller last also wenn die rohre erstmal voll sind dann läuft das ohne probleme das ist richtig nice hier fängt es langsam an das heißt die fabriken müssten langsam eigentlich loslegen das problem ist aber was total bescheuert ist ich hab schon eine strecke einmal um die karte er dann musst du ordentlich bauen military 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 sorry es kann sein dass man was richtig dummes tun muss immer jedes mal wenn man eine fabrik mit wasser versorgen will und zwar wenn die leitung steht und komplett angeschlossen ist also ein geschlossener kreislauf ist darf man den nicht mehr aufbrechen wir haben den jetzt aber aufgebrochen das heißt das wasser wird nicht mehr richtig transportiert jetzt kommt der ich habe sechs tage meine startbasis umgebaut ach du kacke jetzt kommt der mega geheimtipp man kappt die verbindung zum wasserturm und flasht einmal das komplette hauptnetz und dann stellt man die verbindung wieder her und fragt mich nicht warum gleich wenn der hier wieder komplett voll ist und druck hat die ploppen einfach rein also das wird hier nicht langsam aufgefüllt sondern das kann sein dass es nach und nach einfach rein ploppt und oder es kann sein dass wir die hier jetzt einmal eben öffnen und schließen mussten es ist immer irgendwie völlig bescheuert okay die fangen an zu laufen langsam kommt es ja das meine ich also irgendwie ist ja ja jetzt ist voll und jetzt müssen gleich auch die fabriken hier hinten die hier laufen noch weil sie noch wasser im korpus hatten aber die müssen jetzt auch gleich irgendwann anfangen zu laufen so ja weil ich glaube der füllt jetzt einmal jedes segment auf und das ist jetzt auch ein paar Und dann fängt er hier an. Also je länger die Strecke ist, desto mehr Braucher. Und die hier müsste vielleicht schon fertig sein, weil die Strecke halt kürzer ist. Ja. Ah, wie man hier sieht, der braucht halt echt lange, um das aufzufüllen. Und wenn das erstmal voll ist, dann geht's ab. Was sind die vollen in den Raffinerien? Nee. Tun sie nicht. Zum Glück. So, wie viel brauche ich denn? Katerium braucht auch zwei Wasseranschlüsse. Und die Reste davon kann man dann halt immer gut nutzen. Für andere Sachen. Zum Beispiel die Reste von Kupferblock 1 sind 200, nee, sind 150. Die könnte man zum Beispiel weiterleiten an, wo haben wir es denn? Nee, kann man nicht weiterleiten. Obwohl. 25. Da muss man mal gucken. Guck mal hier, der fängt langsam an und kriegt langsam genügend Wasser. Nice. Also das Hochfahren dauert dann mit dem Wasser ein wenig. Aber die kriegt dann nach und nach genügend Wasser angeliefert. Drückt sich voll und dann geht's los. Wieso hatte ich kein Wasser? Ah, da kommt die jetzt erst an. Okay. Ja. Aber wir müssen hier noch ein bisschen umdesignen, weil die brauchen 10 Wasser pro Minute. Und das hier sind 40 Stück. Hier sind auch 40 Stück, aber 5 Stück davon sind übertaktet. Das heißt, davon müssten wir uns dann ein Bittenwatt klauen. Und hiervon. Liegt das hier an den Bodendurchführung? Ja, ne? Ja. Ja, und irgendwann funktionieren beide Fabriken dann richtig. Aber die hier braucht noch ein bisschen, bis ihr die volle Last bekommt. Und am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, ey komm Digi, ich schalte hier den Strom aus für alle Fabriken. Und wenn die Wasser benötigen, die Wasser benötigen, damit hier kein Wasserverbrauch stattfindet, lasse die hochfahren. Und dann schalte ich das alles wieder dazu. Können wir eigentlich mal eben austesten, indem wir hier einfach mal das hier machen. Das klaut jetzt von den Fabriken den Strom auch für mich. Aber das sollte auf jeden Fall das Wasser besser nach oben drücken können. Dann, wenn Wasser vollständig da ist, dann lassen wir weiterlaufen. Oh-oh. Okay, Narkotik. Viel Spaß im AF-Core. Jetzt ist die größte aller Fragen. Habe ich hier hinten den Strom auch abgeklemmt? Nee. 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 Die laufen noch. Dude. Ja. Und so. So... Was zur Hölle auch immer jetzt abging. Und hier dasselbe dann wahrscheinlich. Aber über Zeit geht das halt alles voll und dann läuft das auch alles. Und dann gucken wir einfach mal wie gut das ganze dann läuft. So... Und wir würden dann jetzt hier weitermachen. Also ich würde gerne eine Mittellinie machen. Dann wäre das 3 breit. Dann könnte man in der Mitte noch Sachen transportieren. Dann würden wir mit der Fabrik erst hier anfangen. So... Wie viele Fabriken brauchen wir denn? Fünfzig. Fünfzig. Wie viele Gewehre benutzt ihr? Ähm... Eins. Aktuell. Sechs rein? Drei? Ne. Sechs mal acht. 48. 48. Also zwei übertaktet. Und drei rein. Das wird ja klein und niedlich. Das ist unser Kriterium. Zwei davon übertaktet. Ich hab drei. Ich hab drei. Warum hast du drei? Ich hab drei. Zwei davon. Ne. Das ist mein ganzes Kopf. Oder. Du? Das ist ein ganzes Kopf. Das ist nicht. Das ist das Neu. Da heißt es nicht alles. ach brauchst nicht nachladen kann wir ja ich hab die oder wir haben die gegner hier dann jetzt mittlerweile auf passiv geschaltet weil wir auf das kämpfen keine lust haben es 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 Ich stelle auf Vergeltung Wenn ich keinen Bock auf Fighten habe Ah, ok Ja, also Wir haben auch erst nach ein paar Stunden herausgefunden Dass sowas überhaupt möglich ist Das war Auch wieder sehr frustrierend Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde mal eben ganz fix kurz auf Klo laufen, gebt mir irgendwie eine Minute und dann bin ich gleich wieder für euch da und wir machen hier weiter mit dem Katerium, also bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt geht es weiter. Genau, wir wollten hier das hier machen. Also, alles wiederholen. Und hier auch nochmal. Und das. Alter, sieht das geil aus mit dem Schaden. Haha. Und das Stück. Das ist geil aus. So. So. Halt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also das wird jetzt nach und nach alles bedeutend schnell abgehen Die 40 hier haben natürlich richtig reingehauen Oh, hier kommt kein Wasser mehr an Und wie sieht es hier aus? Da kommt auch kein Wasser mehr an Ja, das ist die Problematik Wenn du eine Sache abreißt Dann füllen sich die ganzen Rohre nicht mehr auf Und dann muss man einmal das Netz flaschen So, ich will jetzt aber was ausprobieren Wenn ich den hier Wenn ich den hier jetzt zudrehe Und hier Hat der hier auch gespielt? Ja, war klar Joa, dann habe ich es jetzt verkackt Verdammt So, ich will nochmal eben kurz was nachgucken Kupferbarren, null So, ich habe 25 Wasserpumpen gebaut Kupfer braucht 850 Das heißt, zwei Wasserleitungen Ein bisschen davon bleibt über Das müssen wir uns noch weggraben Okay, dann füllen wir den Kupferbarren Dann füllen wir den Kupferbarren Dass wir hier jeweils ein T-Stück Äh ne, ein Ventil setzen Und das beschränken So, hier kommen 400 beschränkt Und hier kommen 450 beschränkt So, das heißt Dann gehen wir hier raus Und hier raus Und haben dann Nochmal ein Ventil drin 450 von 600 sind 150 Und hier sind 200 Dann machen wir das hier Können hier mit weggehen Und hier Damit wir einfach eine Übersicht haben Das können wir später noch anders machen Aber Das hier sind jetzt 350 Das könnten wir zum Beispiel benutzen Für entweder bedampfte Kupferbleche Oder für Den Rohquarz Ja, dann müssen wir mal gucken Aber das können wir hier gut abzweigen Und Ah, ich will mal eben gucken Wie viel Produktion Raffinerie Was ziehst du denn hier an Reinem Katerium 24 Wasser pro 24 mal 50 1200 Verdammt Brauche ich echt zwei Wasserleitungen dafür noch Okay Die zwei sind dann schon mal weg Dann haben wir eine 600er noch Damit ich hier alles richtig mache Wir haben noch Wir haben noch Reine Eisenbarren Davon haben wir 21 420 Also 180 über Okay Also können wir hiervon Eben weggehen Das müssen wir später noch ordentlich machen Logistik So Ventil Hier setzen wir 420 rein Und hier setzen wir 180 rein So Die hier ist fertig Das heißt wir könnten die zum Beispiel mal Ja Die könnten wir weg splitten So Die haben wir hier aufgeteilt Das heißt Hier gehen wir nochmal weg Wir müssen ja links und rechts lang Damit es cool aussieht Damit es cool aussieht Ja das sollten wir vorher Dann nochmal hier Bauen wir hier eben noch ein Pumphaus hin Also Die kommen ja hier alle an Ich glaube das sollten wir machen Damit das ja ordentlich ist Also ich glaube die Idee ist dann ganz cool Dass wir dann direkt einfach Später dann nochmal rangehen müssen Und uns keinen Kopf machen müssen Wenn wir ganz zum Schluss Das Design der ganzen Kacke hier machen So Ich glaube das ist Jetzt ist die sehr gute Frage, wie bauen wir das am besten? Da habe ich noch nicht so recht die Idee. Okay. 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 Vielleicht fällt mir gerade was ein. Und dann können wir die erstmal abreißen. Okay. 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 Wir machen. Funktioniert das? was. So. Okay. Okay. Pipeline Machen wir so Machen wir da ein Ventil drauf setzen Das hier ist Eisen 1 Wieso klingt das eigentlich auch so Wegen der Wand Wenn wir jetzt hier zwischen Ventil setzen Und das nennen wir 450 Das ist Eisen 1 Ok Ja Dann machen wir das hier Auf jedem Strich so Ok 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 also 1 2 katerium 1 und 2 das sind direkte verbindung und dann brauchen wir noch für eisen brauchen wir auch zwei so was kommt denn noch eisen brauchen wir zwei für bedampftes kupfer so da haben wir eine raffinerie rezepte auswählen bedampftes kupferblech 22,5 x 9,5 213,75 214 aber da machen wir ein element raus und auf der anderen seite kommt quads das heißt wir machen also wir haben kupfer kupfer katerium katerium eisen eisen dampftes kupfer und wie heißt das andere hier reine quartz kristalle auch eine fabrik ja das sollte passen machen wir hier ventil also einfach nur damit wir sehen wie viel was wir hier verbrauchen 450 400 hier brauchen wir 200 600 und bei wasser brauchen wir was war das nochmal rezept auswählen reine eisenbarren 20 420 also 210 kristalle brauchen wir 214 und quads kristalle brauchen wir 230 ich Das ist Kupferspur 1, Kupferspur 2. Das ist Kupferspur 2, Kupferspur 2. Jetzt brauchen wir, Katherium war ja durchgängig, das heißt. Da passiert nichts. So und die letzte Lightung jetzt. Können wir ein bisschen durchziehen. Aber jetzt wird 2x210 abgezogen. So und das ist Kupferspur 2, Kupferspur 2, Kupferspur 2. Okay, so. 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 Dann können wir hier uns ordentlich austoben. Okay, das heißt von dem hier machen wir jetzt einfach mal. Und hier machen wir 180. So. 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 hier kommen. Hier kommen 200 raus und da kommen 150 raus. so. 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 Jetzt wird eigentlich locker flockig ausreichen. Okay, das geht ja mal gar nicht. So, und damit haben wir unser Wasserwerk abgeschlossen in maximaler Verwirrung. Okay, und hier ist noch kein Wasser angekommen, dann können wir das hier unten auch einmal eben löschen. Vielleicht sollte ich da ein paar mehr anschließen, um den Druck größer zu machen. Also wenn alles wie geplant läuft, schaffe ich es bis Sonntagabend alles fertig zu machen, dann könnt ihr das Sonntag noch anschauen. Nice, ich weiß nur nicht, ob Mani dann online ist und ich glaube, sowas würde ich gerne dann mit ihr zusammen machen. Da würde ich aber nochmal mit ihr sprechen. So. So. 450 Wasser. Icon auswählen. Kupfer. Und Hintergrundfarbe. Nee. So. Wie geht's? Nee. Vielen Dank. So, äh, Militär, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und Dankeschön für die Glückwunsche. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Aber dir dann noch einen schönen Abend und viel Spaß noch bei what auch immer. Ah, Kupferblech. Kupferblech war 214. Und das hier war Quartz 230. So, und Matthias, ja klar, wenn ihr beide will, dann geht auch den folgenden Tag. Ja, also Mani streamt immer nur eigentlich dienstags, mittwochs, äh, ne, dienstags, donnerstags. Deswegen, das müsste ich einmal abklären. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch hier hübsch geworden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Absoluter Mayhem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 A.K.W. dann starb wasser wir haben hier 800 ich steig Vielen Dank. Damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen zurück Narkotik. Ich bin immer noch an der... Wasserverkabelung dran, aber... Ich finde, ich habe mittlerweile... Das schon gut angepasst. Kupfer 1 ist angeschlossen. Kupfer 2 kommt jetzt auch. So... 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 Okay Fox bis später und Narkotik mit Tickets im Shop holen glaube ich 50 Stück für vier Tickets würde ich auch so machen so so So, das war's für heute. Okay. 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 Und haben wir das fertig. Okay. 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 So ich glaube wir starten mal. Okay. 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 So. Okay. Ich sollte eigentlich mal dringend die anderen Pipes verwenden, dann sehe ich einfach wo wann Wasser fließt. Nicht die glatten Pipes. Ich glaube das wäre als Indikator bedeutender einfacher. Okay. Okay. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Doch, habe ich schon alles richtig gesetzt, okay. Ach, weil das hier von der Länge her nicht gleich lang ist, okay. Okay, dann würde ich von denen hier ausgehen, also von dem hier, der entscheidet. Okay, so. Und das hier wird reines Katerium. Außer der hier, der wird 200%, weil wir 48 bauen, aber 50 brauchen. Okay. Okay. So, auf welcher Höhe kam das denn durch? Ich glaube auf der hier, ne. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geil. Geil. Das war's. Nein. Ah, nee. Na, ich bin Quicksilver und hallo und willkommen im Stream. Ich bin gerade mitten in der Production für... Jetzt Catherium-Erz aber, das wird die Brennstabfabrik. Und eben gerade muss ich mich ein bisschen ablenken und habe da unten einen Wasserverteiler gebaut. Genau. Und das wird hier eigentlich so aufgebaut wie die anderen Fabriken hier drüben. Ähm, alles schön hübsch verkabelt und BÄM. Also, wir haben Kupfer fertig, dann kommt Catherium und hier neben kommt Eisenerz und dann kommt links und rechts jeweils eine Fabrik mit entweder Quarzkristalle oder Kupferblech. Und dann führen wir das hier unten in dieser Linie weiter, das heißt, wenn wir den Kupfer aufgehoben haben, wird das Kupfer hier raus entfernt und dann läuft da nur Kupfer weiter. Und Catherium dasselbe, aber Quarz läuft in der Mitte weiter durch, Schwefel läuft durch, Eisen wird dann einfach durch eine einzelne Linie ersetzt. Genau. So, jetzt, äh, habe ich mich abgelöst. Ich schlepp mal mein Tor so an den Rechner. Okay, ähm, ähm, übertreib's aber nicht, ne? Und wenn, äh, Kopfschmerzen anfangen, schnell weg vom Rechner. Okay. Well, okay. Wirklich, obacht ja mal wieder der Ja, das war die Kante, sauber. So. Nice. Das wird langsam, das wird langsam, das wird langsam. Das war's. 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 So. So. So, wir sollten jetzt auf jeden Fall die verwenden. Oh, nee. Erstmal die Fundamente. So, Architektur. Nee, nee, Logistik. Und wir nehmen jetzt nur noch die Pipelines. Habe ich auch die richtigen? Oh. Oh. Das war's. 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 ist. Das war's. 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 Wow. Das war's. 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 Fehler nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ventile hier unten. Das war's. 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 Okay, voll. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Ich hoffe. Das war's. 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 Das soll yoichtגם falsch sein. Ich glaube eher weniger. Wasserturm Technik beim Turbofuel. Oh ja. Und das funktioniert sogar. Ja, das wuchte ich gerade. Und ich kann mich grad nicht für das AKW auffavant, aber ich brauch den Strom. Oh ja, das kann ich. Und rat mal warum ich hier jetzt plötzlich einen blöden Wasserturm baue. ok wir testen noch mal was anderes wir machen den hier mal weg und den hier und füllen die jetzt einfach mal eben den turm hier oben auf ich gehe erstmal zum arzt macht blau aber ich habe die luft in meiner rocket fuel grün nicht blau uran ist grün im spiel so 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 Okay, dann machen wir jetzt den hier und den hier und wie viel Strom produzieren wir jetzt? Ah, ein bisschen mehr als vorher. Naja. Lassen wir das jetzt einfach mal laufen und mal gucken, ob da irgendwie was Dramatisches passiert. Wobei Fistium wird ja gelb dargestellt. Also ein gelben Ziehen wäre möglich, aber beim Bauplan wer schreibt denn schon so lange krank? Dog Holiday. Den brauchen wir jetzt und dann können wir vielleicht mal in zwei Wochen die AKW-Produktion fertig kriegen. Mir ist gerade ein Fehler aufgefallen. Verdammt. Warum habe ich zwei? Warum habe ich zwei? Okay, Moment. äh... Videoproduzent. Einen aufs Psycho krank machen und zwei bis drei Wochen sind drin. Hm. Verdammt. Ich habe mich im Tag vertan. Wir sind bei Tag 15. Oh. Das hätte mir vorher auffallen sollen. Äh... Ich habe auch gerade so eine Phase von mir hier. Das Bauhaben zu viel wird. Und es geht beim Tipping. Oh ja. Ich meine, das in Bezug auf die Firma Fist. Da melde ich mich krank. Hahaha. Ich dachte, du meldest dich im echten Leben krank. Hahaha. Oh. Show. Aber... Das sieht echt aus wie eine Baustelle mit unterschiedlichen hohen Stahlgerippen und... Ja. Oh. Da gehe ich nicht arbeiten. Äh... Zu kaputt... Kaputt. Frührente. Incoming. Okay. Die... Wieso ist der gelb? Der hat kein Wasser? Wieso hat der kein Wasser? Au. So. Grün, grün. Blau, grün. Blau, grün. Alles grün. Alles grün. Hier kann ich nicht mehr hoch. Und hier oben. Alles grün. Alles grün und blau. Alles... grün. Und hier. Sauber. So. The production is running. Ah, das freut mich. So. Oh. Äh... Hehehe. Hehehe. Hat... Äh... So. Fizzit erlaubt keine Krankschreibung. Fizzit gewährt aber größtügige Pausen. 15 Minuten pro Tag. Hat Ada gesagt. Okay. Hehehe. Meine Stream Rezession... Äh... Meine Steam Rezession ist so geschrieben, als wäre Fizzit mein Arbeitgeber und die tollste Firma der Welt. Oh Gott. Hehehe. 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 Wie viel Eisen muss ich jetzt eigentlich bauen? Also... Äh... Gegenstände. Hehehe. 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 Wo haben wir denn Kateriumbahn? 600 Kateriumbahn. Hehehe. Netzgraf 20 Oh Also brauche ich hier echt nur eine Reihe Und jetzt Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das passt. Vielen Dank. Okay. Also, Hunter, bekommst du eine Minute mehr? I'm not entirely sure about that. Okay. Eigentlich drücke ich mich auch gerade, ich müsste die Bahnhöfe aus- und umbauen. Ja, kann ich verstehen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so fast beim selben Problem bin, aber Transportmaximum finde ich auch krass. Das ist wirklich krass. Okay. 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 So, hier wird es jetzt ein bisschen komplizierter, weil... Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Nice So Und hier inzwischen ist jetzt halt ein bisschen Platz Aber das liegt dran Äh Dass das hier schon wieder eine andere Fabrik sein wird So So Ich würde einmal nochmal eben fix auf Klo laufen Und dann Sehen wir uns in wenigen Hoffentlich Minuten wieder Ich denke mal eher Sekunden Also Oh Mehr als 1048 per Minute Kriege ich mit meinem Container nicht hin Jedenfalls auf der Strecke Also muss ein eigener Zug her Für Eisen, Kupfer und 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 Oh ja Da kommt es natürlich drauf an Wie lang der Zug ist Und wie viele Schrägen und so weiter du hast Dadurch Wenn der länger ist Wird der natürlich langsamer Du könntest natürlich versuchen Noch eine zweite Lok einfach vorne mit ranzuklemmen Ob der dadurch schneller wird Vielleicht kannst du dir das Ganze dann ersparen Wenn du einfach Eine weitere Lok ranhängst Naja Also Ich lauf mal eben Bis gleich Ich lauf mal eben Wenn du mir hier Dios Oh Ich lauf mal eben Vielleicht J razón please aut Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Das freut mich. Was wird denn gebaut? Ich bin gerade in den letzten Zügen der Rennstab-Fabrik. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich doch ein wenig kaputter bin, als ich dachte, weil ich nicht mitgedacht habe. Und zwar, eigentlich bräuchte ich von allem hier die doppelte Anzahl. Ich habe damit gerechnet, dass das hier 8, also es ist eine Ebene ist hier 8 und nicht hier eine Ebene ist 8. Also müsste ich eigentlich das Doppelte bauen. Wir haben aber noch 255 Energiescharts oder Energiefragmente. Also stopfe ich jetzt die komplette Anlage mit Energiefragmenten voll, weil ich muss zugeben, auf die Raffinerien habe ich keine Lust mehr. Und dann haben wir einfach nur einen höheren Energieverbrauch, aber das war es dann auch. Weil eigentlich bräuchte ich von denen hier 21 Stück und von denen hier bräuchte ich 10, also 8 insgesamt. Das wird dann auf zwei Ebenen verteilt. Obwohl wir sind hier noch relativ am Anfang. Ich baue das nochmal um. Und das passt. Obwohl wird ja bald Energie in Übermaßen produziert oder nicht, dann ist so hoher Verbrauch hier ein Wumpe. Ja, das auf jeden Fall, aber... Ich war gerade Brain AFK. Ja. Wasbot hat, ich weiß, er ist nicht richtig für ihre Aufnahme. Und da gibt es ein Einflügel. ich war sogar mit dir so, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hilfe! Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Irgendwas dreht hier völlig ab! Das ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Äh, Trojana, danke schön. Freut mich sehr. Du hast schon 21 Subs verteilt. Das ist ein bisschen übertrieben. Danke schön. Das freut mich sehr. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Aber, mega, danke schön und, ah, ist wieder unangenehm. Und Hype Train direkt in die zweite Stufe geschossen. Ja. Krass, danke schön. Aber wie gesagt, halt dein Geld zusammen. Es ist... Überhaupt nicht nötig. Aber, danke schön. Und es ist nach wie vor sehr unangenehm, muss ich ja sagen. Ja, auch wenn alles gut ist, ich muss es trotzdem erwähnen, sonst fühle ich mich schlecht. Oh, Gott. Äh, awkward. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Danke für die Follow, Hendrik. Und willkommen im Stream. Ähm. Ja, äh, willkommen. Wir spielen ein wenig Satisfactory. Äh, ich versuche eine Fabrik aufzubauen und werde abgelenkt. Hahaha. Und, äh, Trojana, nein, musst du nicht. Ich weiß, was ich mit meinem Geld mache. Trotzdem, Trojana. Nochmal. Äh, okay. Oh, Gott, das ist ja noch unangenehmer. Kommt nur zum Geldschmeißen rein und haut wieder ab. Ah. Äh, so muss eben was tun. Komm später wieder. Okay, dann bis später. Äh. Ich kann auf, äh, ja, kam auf, ah, wie nervig. Okay, dann aber bis später. Tschüss. Tschüss. Ich will mal eben was testen. Okay, irgendwas wurde gestartet. Okay. Ah, ich muss hier mal unbedingt was umbauen. Ah, Hype-Truhe öffnen. Okay, teilen. Tut, tut. Okay. Alles unangenehm hier. Okay, drehen wir das nochmal hier um. Ja, eigentlich müssen wir das jetzt nochmal alles umdrehen. So, wieder da, Auftrag kann doch nicht gemacht werden. Ah, das ist ja schon mal so ganz jut. Dann brauche ich mich nicht unangenehm fühlen, dass du zum Geldschmeißen reingekommen bist und wieder gegangen bist. Trojaner, wie geht's dir denn so? Mit anscheinend zu viel Geld. Ähm. So, wie geht's dir? So, äh, tut, tut, so, wieder da. Junge, was ging hier jetzt wieder ab? Äh, Trojaner hat Abos verschenkt. Ganze sechs Stück und, äh, es war mir wie immer, äh, unangenehm. Äh, ach du, mein Reichtum kann ich mich nicht, äh, kann ich nicht klagen. Oh, okay, natürlich, äh, natürlich ein Scherz, aber mir geht es gut und so weit, danke, außer, dass ich gern zu Hause wäre. Ja, ich glaube, das, äh, hat jeder auf der Arbeit gefühlt. Und ich weiß das, äh, was geht's. Und ich weiß, äh, was geht's. Okay, ich weiß. Äh, was geht's. Und ich weiß, äh, was, äh, was geht's. Das war's für heute. Das war's für heute. Und schon wieder in eine komplett falsche Richtung abgedriftet. Hmm. 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 Oh. Falsch rum. Hmm. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, Moment. So, jetzt aber Auftrag. Bis später. Bis später. Und viel Erfolg und lass dich nicht ärgern. Bis später. Auf der Arbeit nicht ärgern lassen, wer es glaubt. Hey, zwischendurch muss es doch auch mal entspannt sein, oder nicht? Also, man kann's ja versuchen. Vielleicht ist das ja irgendwie nur Kindergeburtstag, was er da machen muss. Man weiß ja nicht. Bis später. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das hier war Eisen, oder? Das äußere. Ja. Oh Gott. War ja klar, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Oh doch. Und langsam. Okay, und das hier ist Kupferblech. Okay. Okay. Oh, den muss ich noch bearbeiten. Bauplan. Bauplan MK6. Habe jetzt alle 11 Fließblender für den Umzug fertig gebaut. Ich wollte jetzt nur noch das Hub und die Weltluft rüberbringen. Ja, das ist ja zum Glück easy going. Okay. 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 Oh. So. 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 Okay. Oh. Leere Förderbänder. Okay. Und hier müssen wir jetzt Eisen holen und das erste Mal Kupfer. Oh. So. 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 dann bauen wir hier 1 2 3 4 5 6 1 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 4 5 1 3 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 hier haben wir eigentlich überall noch Platz ok Kupferblech ah ne kein Kupferblech sondern anderes Zeug hier 1 4 6 1 4 5 1 4 5 ich habe es gar nicht mitgekriegt auch scheiße trojaner sorry wie kann was kann ich mit stickstoff machen du kannst soweit ich mich entsinne gefährliches halbwissen kannst du kühleinheiten draus machen und sonst kannst du zum beispiel mit o wenn du das rezept schon hast nach stickstoff suchen stickstoff gas und dann kannst du sehen was man daraus herstellen kann oder zum einen wie man es herstellt und was du daraus herstellen kannst zum beispiel kann man hier voll schwarze volare abmachen die müssten wir eigentlich auch nochmal herstellen oder hier das noch schlimmere salpeter säure genau so 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 Oh. Das habe ich noch nicht. Ich habe auf meinem Erkundungstool nur das Vorkommen gefunden. Okay, dann kann ich also noch nicht für mich, ja. Aber das ist eigentlich ganz nice, das Zeug. Weil das auch mit diesen... Ah, wie heißt das gleich noch? Mir fällt der Name gerade nicht ein. 3, 4, 5. 4, 6. 5, 15, 16. 9, 20. 8, 20. 14, 25. 21, 25. 25. 22, 25. 24, 25. 25. 25, 26. Das war's für heute. So, ich suche gerade einen Spot für meine Mehrzweckgerüstfabrik. Oh Gott. Und damit kann ich nicht helfen, weil ich die nur einmal gebaut habe, damit wir die Teile da bekommen und einfach alles zusammengeklatscht habe. Und das war's. 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 hast du hast. und das war's. 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 und... und das war's. und das war's. und das war's. so. das war's. und 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 das war's. das war's. und 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 das war's. nice. Oh, ich hab die Dingses vergessen. So. Das ist alles nur für die Versorgung der Power Plants. Holy shit. Oh, mein Beileid dazu, ey. Oh, man weiß, was ich so schlimm finde an der ganzen Sache. Oh, hier hab ich's ver... Nee, hier hab ich's doch nicht vergessen. Dass man... Die ganze Zeit von Leuten Bilder sieht, wo das geil aussieht, wo man sich dann Ideen rausschnappt. Und dann hängst du da wieder. Und denkst dir so... Oh, das wird noch später. Oh, das ist mal. So. Oh. 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 So. Okay. So. So... Wat? so Eisenbarren ich stelle her 8 16 16 und ich muss 21 also muss ich 5 Stück übertakten und 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 Okay. 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 Ja, genau. Discord, Sartes, Screenshot. Also, beziehungsweise... Es gibt unter den Spielen einfach einen Sartes-Ordner. So... So... Oh, kriegt ihr kein Wasser? Doch. Oh, kriegt ihr kein Wasser? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist zu viel, passt nicht alles auf ein Band, aber in die Stützen passen 6 Bänder, nice Die sehen auch richtig, richtig gut aus Ja, das mit der HyperTube finde ich cool So, Moment Ach, da muss die erst voll werden Damit dann die voll wird So, Moment So, Moment So, Moment Okay, dann warten wir erst mal Das geht alles zum Zentrallager Was ist auf dem zweiten Ah, das ist ein Zentrallager Nice Wenn ich im Customizer was als Standard ausgewählt habe, wie kriege ich das wieder weg Ja, jetzt kommt's Hier oben sind die Standardfarben Und das hier ist der normale Standard für Fahrzeuge Das hier ist das Montageprojekt Die Fundamentfarbe Und Betonstrukturen Das hier wäre dann zum Beispiel Die Fisit Fundamente und der Rest hier Betonfundamente, beschichtete und Betonwände sind dann die hier Das hier sind dann die Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So und willkommen zurück Trojaner So So Leck mich Heute ist ein scheiß Tag Oh mein Gott ist das kacke Das tut mir echt leid für dich Ich hoffe das ist bald wieder vorbei Ja um 6.30 Uhr Oh Gott Also so lange werde ich wahrscheinlich nicht durchhalten Das tut mir leid Äh so Meisterkuchen Äh ne Duke Duke Ne Meisterkuchen Duke So Nach Müde kommt blöd Ich bekomme die großen Strommasten nicht connected Oh Ähm Die musst du Wenn du hier einen hast Und hier einen hast Darfst du nicht unten klickern Weil dann machst du nur einen Powerpol Sondern du musst hier oben die großen mit einer 3 anklickern Und dann kannst du die connecten Meisterkuchen Ich will einfach meine normale Betonfarbe wieder haben Sie ist jetzt immer anders Irgendwas habe ich falsch geeingestellt Also Normale Betonfarbe ist hier oben Und dann wählst du Betonfundamente Beschichtete Fundamente Und Betonwand aus Und wenn du übermalt hast Dann funktioniert das leider nur Indem du Die wieder einfärbst Viel Erfolg Duke Oder eher Jarl Duke oder Jarl Ja es ist so einfach Danke Überhaupt kein Problem Ähm Ich glaube das kennen wir alle Der Duke ist doch auch ein Titel oder nicht Also Beides Was Das hält sich ja echt noch in Grenzen Aber trotzdem Die Uhrzeit ist auch kacke Trojaner Das ist meine Gewöhnliche Aufstehzeit So ein bisschen früher So ein bisschen früher Aber Uff Ähm 4 Uhr 30 Oder 5 Uhr Feierabend Ähm Ne da Da stehe ich noch nicht auf Muss ich leider zugeben Und das ist ja auch schon Das ist ja auch ein bisschen Ich hoffe genau Ich denke Io der 5 Uhr Und Ich denke Ich bin bis bald Das war's. 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 Und... 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 Das war's. Nice aus. Und... Und... Das war's. Das war's. Und... Und... mit den ganzen Schilder. Und... 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 Und...